Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Na fahr halt weiter. Grüß dich. Fahr weiter. Grüß dich. So, also wir waren im letzten Part hier und haben aufgeräumt beim Tanklager. Ah ja, und wir haben die Kommunikationsschluss lebensvolles zerstört. Jetzt bleibt nur noch die letzte Mission zu tun. Heute erledigen. Genau, das werden wir machen. Na, dann erstmal... Erstmal das hier noch, auch wenn ich noch nicht ganz weiß wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Boah, für über einen, für fast 2000 wieder Munition nachgehauen. Ja, das kann. Oh, jetzt kann ich. Das war ein Crash. Oh mein Gott. Ein weißes Krokodil soll man finden. Beide markierte Krokodile ja auch nicht, oder? Oder doch? Da ist schon mal ein Krokodil. Beide werden nicht markiert. Nein! Das war's! Das war weiß! Ich frage mich, ob das eigentlich immer an der gleichen Stelle ist. Ist doch nicht so leicht zu erkennen. Das ist doch immer genauer, Sean. Das war's! Das ist doch nicht so leicht zu erkennen. Komm hier! Ja, das ist es! Das ist doch nicht so leicht zu erkennen. Was für die Einwohner sicher gut ist. Das ist doch nicht so leicht zu erkennen. Beide mehr. Woran ich mich erinnern kann auch mit dem Messer. Ich würde mich fühlen, wie das macht bisher. Alles im Ende dann wieder. Ich kann mich nicht mehr dabei. Juhu! Hallo. Da kann man wieder nicht raus. Da haben sie zwar einen Punkt hingemacht, wo man eigentlich rauskönnt aus dem Wasser, aber da kann man nicht schieben. Nein, doch nicht. Da müssen wir wohl auch wieder mit dem Messer gehen. Ich habe keine Ahnung, wie wird sie sich das vorstellen? Hä? Da ist der andere Weg. Da habe ich das vorgestellt, ok? Ich verstehe. Ha, ok. Alles klar. Macheta ist wohl doch stärker als man denkt. Hier drin gibt es nichts. Ok. Missionen erledigt, Funktürme erledigt, Außenposten, Relikte, Briefe, Sprecherkarten, Prüfungen, Attentaten, Wart des Jägers, Storyaufgaben fehlt noch. Ah, die Storyaufgaben sind diese Sidequests, oder? Das würde Sinn ergeben, weil da fehlt uns ja noch so eine Kleinigkeit. Ach, nicht diese Scheiße mit den Pockern. Vielleicht machen wir das dann nachher so im Anschluss, wenn wir mit Far Cry 3 fertig sind, was vermutlich in diesem Part sein könnte. Könnte. Sicher bin ich da nicht. Schau mal, wer zuletzt lacht nachher. Wir sind schon drin, wir müssen jetzt auch wieder rausgehen. Megaumpel. Ok, mein Freund. Bist du bereit dafür? Oder brauchst du mehr Zeit? Wenn wir das erstmal anfangen, führt kein Weg zurück. Jo. Mach mal. Ich habe ein Messer in meinem Stiefel. Du musst ihn ablenken, wenn ich geben sage. Ok, verstanden. Willkommen, Jungs. Kommt rein, kommt rein. Setzt euch doch. Schauke hat Holden okay für euch? Ja? Kann ich euch was anbieten? Etwas zu essen? Eine Nuss vielleicht? Nein. Lassenspiel. Poker. Frag einen Penner auf der Straße und er sagt dir, es ist ein Glücksspiel. Oder? Frag Sammy und er sagt, es geht ums Bluffen. Stimmst, Sam? Ja. Ja. Aber stimmt doch. Oder? Es geht darum zu spielen. Bis die Bank gewinnt. Ich gehe mit. Das kann ich den ganzen Tag so machen. Komm. Call her. Gut für uns, gut für uns. Da gehe ich drüber. Erhöhe. Ich gehe mit. Call. Ich zecke. Ich zecke. Check. Ich werde mal checken. Zwei Paar, oder? Erhöhe, ich gehe mit. Ich gehe mit. Zwei Paar. Wir spielen weiter. Diele sitzt links, oder? Diese Runde setzt er aus. Also, ich beobachtete dein Treffen mit Riley. Hab sogar ein bisschen geweint. Passiert mir nur selten. Ich gebe zu, ich habe dich unterschätzt. Folterst den eigenen Bruder und zerstörst meine halbe Organisation. Liebenssitzen. Liebenssitzen. Aber, die Kugel fällt, wohin sie will, hm? Ich vergebe dir. Also, nimm deinen Preis. Jeder hat einen. Hm? Ihr seid Marionetten und wir ziehen die Fäden. Das System ist gemacht, um so zu funktionieren. Scheiß auf System. Weißt du was, Jason? Ich gehe es langsam mit dir an. Du bist ein Familienmensch. Einen Finger für jede Niederlage. Oh, Mann. Ich glaube, ich beginne mit dem Ringfinger. Autsch. Oh, Jason. Nun werden wir nie heiraten. Wir hätten Partner sein können. Jeder Mord hätte dir viel Geld eingebracht. Fick dich. Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauche keine zehn Finger für ein Messer. Ich mache das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack. Ich bin wirklich schwer enttäuscht von dir, Jason. Du hast gar nicht nach deinem Bruder gefragt, Riley. Wo ist er? Keine Sorge. Ich habe ihn an jemand ganz Besonderen verkauft im Jemen. Er mag sie jung. Ich werde dich töten. Ich habe mächtige Freunde, die dich jagen werden. Sie werden von dir keine Spur mehr finden. Du gewinnst nicht. Ich halte alle Trümpfe. Warum hast du dann Angst? Nein. Dein Bruno ist auf dem Flugfeld. Den Flug willst du nicht verpassen. Der wird Verspätung haben. Der kann ein bisschen besser kämpfen. Das ist ein nächster Witterkasten. Oh, fuck. Oh, fuck. Was ist das? Ryliss, ich muss zum Flugfeld. Sofort! Da, Brody! Scheißwein. Nicht gut. Mist, so ist ein Engel da raus. Verdammt. Alter, wie viel haltet der eigentlich noch aus? Ich spüre solche Bleischwämme unterwegs. Alter, ich habe erst da gedrückt. Boah, ich penne nicht keine Zeit. Alter, wo kam er denn da raus? Irgendwie aufs Dach, Alter. Mörser, scheiße. Gib doch einfach auf! Aufgeben! Never. Halt! Oh! Da, der fache! Ich glaube, ich glaube, wir stopfen. Da, der fache! Supraise, motherfucker! Ja, der fache, der Arm! Ach, Alter! Ne? Das ist so ein Engel! In einer Minute! Jo, hörst du gar nicht! Komm her, Ticke, wo bleibst du? Komm her, Ticke! Bitte schön! Ich gebe mit dem MG-Spaarfeuer! Das glaube ich nicht! Schien! Schieee RuHigh Mitkne... Ich glaube die spawnen doch auch dauernd nach! Ja, kommt mir das sehr, sehr so vor. Hallo? Sie sind von Wichte und wie bringen Sie alle weg? Ich weiß nicht, woher hin? Wir brauchen dich! Was? Ich kann dich nicht hören! Richte hier so schnell du kannst! So ein Scheiß! Da ist es ja schon! Sei da, Riley! Scheiße! Das brauche ich jetzt echt nicht! Gute Idee! Ich bin eh nicht mehr drin, oder? Gute Idee! Bin eh nicht mehr drin, oder? AHHHHH! AHHHHH! S***e Schauto-e-Dum-e****! Du bist nicht so! Nur der... OHHHHH! OHHH! OHHH! Der hat häut getötet, ne? Richtig! Da gibt's KEIN Geld mehr, oder? Nie... Der Arena hat rausgeschüttet! So. Oh, man ist auf die harte Tour. Irgendwas hört man da wieder ein Hubschrauber. Der Arena hat rausgeschüttet! Das ist ein Hubschrauber! Was ist das? Der Arena hat rausgeschüttet! Der Arena hat rausgeschüttet! Hey! Wo ist bei dem Brownie? Wo ist der? Oh, Mann! Herr Steve! Brian, ich muss in einem dieser Gebäude sein! Ja! So, Freunde! Aber damit endet jetzt einmal der Part hier! So! Es ist an der Zeit, den Part zu beenden! Ja! Es lief nicht ganz so wie erwartet! Weil es auch irgendwie klar war! Aber im nächsten Part werden wir das Ganze beenden! Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal! Ciao! So! So! Untertitelung des ZDF, 2020